Kipasser Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und zu einer weiteren wundervollen, spannenden Folge Stofflandfluss. Gut, ich versuche jetzt mal ein bisschen entspannter zu drehen, damit wir schnell zu einem Ergebnis kommen. Ja, nein, nein. Wir haben uns alle schon auf Stoff gefreut. Aber wir haben eine Flussfrage. Bei Fluss möchte ich deine random Meinung zu einem Thema wissen. Was hältst du von Gendern und von Leuten, die sich wie ein Baum fühlen? Ganz dünnes Eis hier. Cancelwürdig. Also Gendern per se ist irgendwann aus dem Nichts gekommen und hat für mich von Anfang an noch nie eine Sinnhaftigkeit ergeben. Muss ich halt wirklich sagen. Ich persönlich, aber ich bin ja auch ein Mann, deswegen betrifft es mich nicht. Ich fand noch nie, dass die Generalisierung in dem Sinne irgendwann irgendjemanden beleidigt hat. Fand ich noch nie. Dass einfach die Mehrzahl durch diese Generalisierung des Genders oder des Geschlechts einfach irgendjemanden ausgeschlossen hat, fand ich nie. Und ich kenne und kannte auch bis dato noch nie eine Frau, die das so gesehen hat. Das Gendern ist in meinen Augen etwas, das momentan sehr viel gemacht wird. Nämlich, dass Menschen, die vielleicht zu viel zu tun haben oder irgendeinen Punkt suchen, bei dem sie irgendwas verändern können oder auch sich aufmerksam machen können, sich schützen vor eine Minderheit, eine vermeintliche Minderheit, nenne ich es jetzt mal, stellen, die überhaupt gar keinen Schutz möchte. Und das ist das Ergebnis von sehr, sehr vielen Cancel, wie soll man das nennen, Cancel-Kampagnen, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Menschen sagen Dinge und dann kommt ein riesiger Mob an Menschen, der nichts mit dem Ursprung dieser Aussage zu tun hat. Das heißt, die stellen sich schützend vor etwas, das gar keinen Schutz will, gar keinen Schutz braucht und dadurch entwürdigen sie eigentlich irgendwo diese bestimmte Minderheit oder diese bestimmte Form des Lebens. Oder nenne es, wie du möchtest, aber es wird überall plötzlich so ein riesen Fass aufgemacht. Und dazu möchte ich auch sagen, wie PS Sports es eigentlich sagt, das sind First World Problems, weil sowas gibt es nur bei uns. Diese riesigen Diskussionen gibt es nur bei uns. Wir haben hier keine richtigen Probleme oder wir haben ganz andere Probleme und wollen die uns nicht anschauen, finden die hässlich, wollen uns nicht damit beschäftigen, dass es irgendwie alles andere Scheiße ist. Es gibt so viel, auf das wir unsere Aufmerksamkeit lenken könnten, auch im Ausland. Aber es ist tatsächlich so, dass man dann versucht, hier eben, wie gesagt, was ich ganz schlimm finde, irgendwelche vermeintlichen Minderheiten zu bevormunden, die weder nach Schutz gefragt haben, noch jemals Schutz wollen. Vor allem, wenn du sie persönlich fragst, ist das so. Und ich fand noch nie, dass nicht zu gendern irgendjemanden beleidigt hat. Und ich finde, dass es jeden von uns so ein bisschen mit beeinflusst hat und das ist auch in Ordnung, zumindest zu sagen, wenn jetzt jemand sagt, die Politiker. Dass manche dann sagen, die lieben Politiker und Politikerinnen von mir aus. Aber ich habe auch sehr wenig bis jetzt Leute gehört, die dieses konsequente Gendern genau so umsetzen. Weil der nächste Punkt auch, dass es sprachlich gesehen unfassbar unästhetisch ist. Es ist, wenn du dir einen Text anhörst und normalerweise kannst du dir deutsche Sprache auch, wenn du der mächtig bist, kannst du dir sehr schön anhören. Die Leute sind wortgewandt, die sprechen. Aber wenn du dann Leute immer hörst, PolitikerInnen, das hört sich nicht geil an. Es wird sich nie ästhetisch anhören und vielleicht guckt man sich das irgendwann an, das Video und sagt, guck mal, der Idiot. Vielleicht gender ich selbst in zwei, drei Jahren. Manchmal, das Phänomen ist ja, wir Menschen brauchen Gewohnheit und wir gewöhnen uns an alles. Und sobald wir uns daran gewöhnt haben, egal wie scheiße es am Anfang war, finden wir es normal. Das ist so, wenn der Erste mit einer kontroversen Meinung kommt, am Anfang sind alle dagegen, irgendwann ist es normal. Irgendeine Neuerung, keine Ahnung, die BMW, die riesigen Nieren, scheiße, nie wieder machen, jetzt sind sie geil. So, das heißt, neuer Style, neue Gewohnheiten, wir Menschen sind da immer sehr, sehr allergisch dagegen und du weißt niemals, was in den nächsten Jahren passiert. Aber ich finde, der Ursprung dieses Genderns wird schon immer ein sehr fraglicher bleiben. Und das Interessante ist, jeder, der sagt, dass Gendern wichtig ist, kann nicht begründen, warum. Die manchen Leute sagen so, ja, ich habe auch eine Weile gebraucht, bis es wichtig ist. Und dann habe ich es verstanden. Aber was hast du verstanden? So, erklär doch mal bitte. Ich hatte das auch bei mir im Twitch-Stream, da hat es auch einer gesagt, ich habe sehr lange Zeit gebraucht, bis ich es verstanden habe. Und alle so, ja, dann erzähl doch. Und er so, ja, das würde jetzt zu lange dauern. Mach doch. So, du bist der Einzige mit dem Standpunkt. Du kannst uns die Augen öffnen. Bitte erklär es uns. So, deswegen, ich habe nichts gegen Leute, die gendern. Das nervt mich auch nicht. Ich stehe dann auch nicht da und sage, was bist du für jemand? Ich hasse sowas. Wenn man so radikal ist, kann ich gar nicht leiden. Deswegen, jeder soll machen, was er will. Ist völlig in Ordnung. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist auch ehrlich gesagt ein Thema, womit ich mich überhaupt nicht beschäftige und auch nicht beschäftigen werde und auch nicht beschäftigen möchte. Danke. Weil ich habe keine Zeit dafür. Danke, genau, weil du keine Zeit hast. Das ist perfekt, du hast keine Zeit dafür. Du hast keine Zeit. Ich höre das so, ich denke so, nee, bitte nicht. Ich versuche immer, wenn ich rede, egal mit wem ich rede, versuche ich immer darauf zu achten, dass ich ihm sehr respektvoll immer gegenüber trete und ihn nicht verletze. Tust du auch. Und auch immer, weißt du, halt darauf achte und wenn er möchte, dass ich irgendwas anders sage, dann sage ich das für ihn auch anders. Und entschuldige mich vielleicht sogar auch. Aber jetzt irgendwie im Alltag darauf achten, meine Sprache zu ändern, Alter, ich habe wirklich andere Sachen. Ich habe wirklich andere Probleme. Würdest du dich entschuldigen, wenn sich jemand beleidigt fühlt, wenn du nicht genderst? Wenn er sich dadurch auf die Füße getreten fühlt, würde ich vielleicht mich entschuldigen, ja. Ich denke schon. Also wenn er das auch so mit Respekt mir gegenüber überbringen würde, dann schon. Wenn er jetzt mich ankackt irgendwie und beleidigend wirkt, dann würde ich sagen, fick dich. Aber ja. Würdest du dann ab da auch gendern in Gegenwart dieser Person? Vielleicht würde ich es versuchen, aber es würde mich wahrscheinlich nerven und ich würde vielleicht die Person meiden. Das ist das Ergebnis, ne? Die bleiben dann unter sich, die gendern. Ja, also wie gesagt, ich habe damit kein Problem, soll jeder machen. Ja, aber weiß ich nicht. Ich habe wirklich andere Sachen zu tun. Der ganze Gender-Hype, der so plötzlich über uns eingebrochen ist mit Streitereien, ja, dass die Leute sich nicht auf der Straße geprügelt haben, ist alles, vielleicht ist ja passiert, das alles ist jetzt irgendwie so minimal abgeklungen und das Gendern musste jetzt so seinen Weg in die Gesellschaft finden, ne? Das heißt, diese ganze aggressive Werbung fürs Gendern, die ist so ein bisschen alt geworden und jetzt ist halt die Frage, hat sich das Gendern etabliert oder nicht? Genderst du? Hast du das Gefühl, in deinem Umfeld hat sich das Gendern etabliert oder nicht? Interessiert mich. Für mich persönlich, nach da draußen gestreut, was sagt ihr, hat sich Gendern jetzt zu diesem Zeitpunkt in deinem Umfeld etabliert? Und da bin ich gespannt, wie viele Meinungen wir kriegen, vielleicht aus unterschiedlichen Gegenden und dann kann man ja ungefähr sagen, ist das so. Ich persönlich habe das Gefühl, nein. Aber ich weiß, dass das sehr, sehr subjektiv ist. Immer dein Umfeld ist ja so ein bisschen der Spiegel deiner selbst. Und es kann natürlich auch sein, dass irgendwo anders jetzt gerade um die Zeit 40 Mal in einem Satz gegendert wird. Ja, es kommt immer ein bisschen auf die Bubble und die Community an, in der man sich bewegt. Und ja, bei uns ist es noch nicht so angekommen, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Okay, das war interessant, kontrovers. Und ich hoffe, wir kriegen keinen Shitstorm nach dieser Folge. Also, weil du noch gefragt hast, was hältst du davon, wenn man sich wie ein Baum fühlt, ne? Ja, stimmt, das gehört auch noch dazu. Ja, das ist mir egal. Ich finde, jeder soll genau das sein, was er sein will. Und ich finde, was ich halt sehr wichtig finde, auch hier, dass genau bei solchen Leuten wird halt auch immer sehr, sehr viel von Außenstehenden so auf Superbeschützer getan, dass die tausendfach Schutz brauchen oder so. Wie gesagt, also ich finde es widerlich, jeden Menschen zu diskriminieren. Ich finde, teilweise geht es halt schon so weit, dass man Menschen diskriminiert, die nichts getan haben, nichts böse gemeint haben, aber einfach nur irgendwas in der Öffentlichkeit aus Versehen gesagt haben. Und die werden dann von so einem Mob so dermaßen überfallen, dass das eigentlich Diskriminierung ist. Das Paradoxe an der Sache ist, dass momentan Menschen, die eigentlich dafür stehen wollen, liberal und tolerant zu sein, die Intolerantesten von allen geworden sind. Und das ist traurig. Das heißt, also wie gesagt, ich persönlich, ich weiß, dass es andere Menschen gibt, aber ich persönlich habe noch nie jemanden nicht sein lassen, was er ist. Wenn es irgendjemanden gibt, der so ist, dann ist der Mensch scheiße. Und dann muss der darauf hingewiesen werden. Und dann merkt man das aber auch. Dann macht er das mit Absicht und mit Methode und solche Menschen gehören immer bestraft. Aber wir sollten alle ein bisschen einfach jeden wirklich das sein lassen, was er ist. Und das ist das, was genau durch diese Debatte nicht passiert. Und das nervt mich. Das ist schade. Also wenn wir jetzt klar über dieses Thema nochmal reden. Natürlich jeder, der sich von Mann als Frau fühlt oder andersrum oder gar kein Geschlecht irgendwie annehmen möchte, das ist natürlich jedem das Seine. Aber es gibt natürlich auch diese Menschen, die wirklich der Überzeugung sind, sie sind eine Echse. Also das war kein Scherz mit einem Baum sein oder was? Ja, es gibt doch diese, also es gibt, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber es gibt heutzutage auch Menschen, die sich nicht der menschlichen Spezies angehörig fühlen. Anderes Thema dann, ja, ist für mich auch in Ordnung, solange diese Person irgendwie nicht verlangt, dass ich das Zimmer immer so heiß machen soll, dass sie sich bewegen kann, weil sie sonst irgendwie erstarrt oder so. Und solange diese Person nicht Körperteile abwirft, wenn ich sie zu hart berühre. Jeder soll sein, was er will, aber dann, weißt du, das ist genau das, was wir immer sagen, mach wirklich genau das, was du willst. Bis zu dem Punkt, ab dem du irgendwo den Bereich eines anderen einschränkst. Und das gilt nicht nur für das, sondern das gilt für alles, was du tust in deinem ganzen Leben. So mach das, was du willst, solange du nicht irgendjemanden damit affektierst. Ja, also ich muss ehrlich sagen, wenn jemand mir erzählt, er ist ein Baum, dann ist er für mich, ja, der hat nicht alle Latten am Zaun. Der ist verrückt. Wie gesagt, ich bin tolerant, ich akzeptiere jeden Menschen so, wie er ist und welche Sexualität auch immer, ist mir völlig egal. Aber irgendwo ist auch eine Grenze, wo ich diesen Menschen dann auch nicht mehr ernst nehmen kann. Das hat für mich dann auch nichts mehr mit sexuellen Neigungen oder sowas zu tun, sondern das ist einfach dann... Klingt ja auch nicht danach. Irgendwann wird es lächerlich. Also du musst ja einfach so sehen, da hört es dann auch irgendwo auf. Wie gesagt, jeder soll machen, was er will, aber das ist das, was ich gesagt habe. Es ist ein Unterschied, was die Person für sich persönlich entscheidet und inwiefern ich darauf eingehen muss. Und du kannst halt dann nicht für mich verlangen, dass ich irgendwie, dass ich dir die Füße gieße, weil du ein Baum bist. Das mache ich halt nicht. Das heißt, genau da hört es dann auf. Sei du, was du willst. Das ist völlig in Ordnung. Aber lass die anderen Menschen in Ruhe. Genau, lass die anderen damit in Ruhe. Und vor allem, ich glaube, da wird es dann gefährlich. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon so weit geht. Aber wenn man dann anfängt, diese Menschen so, weißt du, einer stellt sich mitten auf die Straße und sagt, ich bin jetzt hier gepflanzt, ich bin ein Baum. Dann sagt ein anderer, er geht da weg und dann kommt einer von der Seite, ey, lass denen sein, was sie will. Dann gehört beiden eigentlich ein ins Gesicht. Das hat irgendwie die aktuelle Situation in Berlin so ein bisschen widergespiegelt. Genau, aber genau das ist das Problem. Ab da ist es halt nicht mehr, wenn du glaubst, du bist ein Gegenstand, dann ist das nicht mehr irgendwie Freiheit, sondern ist das eine Störung hier oben. Das ist halt wirklich so. Und da muss dir geholfen werden. Dann muss man sich mit dir beschäftigen. Man muss dich vielleicht irgendwo mal mitnehmen für eine Weile und sich dort mit dir beschäftigen. Und dann irgendwann geht es dir besser. Es kann ja nicht sein, dass das normal ist. Das ist in meinen Augen auch eine Krankheit. Und wer was anderes sagt, der soll das so sagen. Also cancelt ihn, nicht mich. Ja, ich denke, cancelt mich. Cancelt den Kameramann. Okay. Diesmal gab es wieder keinen Stoff, aber ich denke, in der nächsten Folge wird es bestimmt Stoff geben. Wir müssten irgendwie aufs Thumbnail schreiben, diesmal mit Stoffen, dann stimmt es gar nicht. Damit die Leute einschalten. Wir manipulieren das nächste Mal einfach wieder ein bisschen. Gute Idee. In diesem Sinne war es das für heute schon wieder mit Stofflandfluss. Nur mit Fluss. Eure Meinung. Wie gesagt, ist Gendern bei euch angekommen? Schreibt es hier in die Kommentare. Wirklich, ich will es hören. Und das nächste ist, wie weit geht bei euch diese Grenze? Dass jemand sein darf, was er will, dass jemand macht, was er möchte. Wie weit geht das bei euch? Wie viel steht ihr zu? Vielleicht auch in der eigenen Familie bis vorhin schon erlebt? So, ey, stopp jetzt, hör auf. Würde ich gerne wissen. Sehr gutes Thema auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann. Nicht auf Twitter, denn da werden wir gecancelt. Und bis zum nächsten Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Bis zum nächsten Mal.